... Die Strecke ist in der Nähe des Strecke. Ja, ich muss ihn mal gucken, was er da angeht. Das ist komplett reingekommen. Ich habe die ganze Boden geholfen. Ich habe das in der Hand rausgesägt. Meine Schwester hat es bemalen. Das ist aus sauberen Musik, weil das ist nichts für mich. Das Dach ist aus Leimholzbinden nachgebaut. Wir haben auch einen Kollegen, der einen Kran hat. Das Ganze ist magnetisch draufgesetzt. Also wirkt manchmal das Ziel, dass wir das Dach anliefern und dann mit einem Autekran aufbauen. Deswegen ist alles nur magnetisch. Ja, das war sehr interessant, die Sporte zu sein. Nutzen Sie die Gelegenheit, auf dieser Messe auch die ganzen Hersteller, die hier vertreten sind, aufzusuchen. Und dann werden Sie sehen, was so alles in dem Bereich Modellbau 1 zu 16 bis 1 zu 14,5 möglich wird. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen allen sehen. Das macht es ja nicht besser. Das war die Sporte, das ist ja nicht besser. Das war die Sporte. Das ist das Sporte. Das ist die Sporte. Da kannst du ein wunderbar cooles VfD-T-Shirt machen. Wie sind wir das mit dem, wo ich in den Traum bin? Na klar, bitte. Vielen Dank.